Und ich darf noch einmal allen gratulieren, die hier Stücke präsentieren. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, in der Jury mit dir zu sein. Wir haben uns teilweise schon auf den Boden gelegt, um wirklich alles zu sehen zu können, weil so viele tolle Details einfach dabei sind. Also, herzlichen Glückwunsch an Sie alle! Das, was da unten ist, war da unten, ist dann auseinandergeschnitten worden, umgedreht worden, angesetzt worden. Richtig? Fast. Also, vielleicht soll ich doch bei Ihnen hierher gehen bei euch. Aber ich denke, im Einzelgespräch kriegt ihr das dann hin und du kannst es noch einmal ein bisschen erklären. Also, wir waren auch absolut begeistert und vor allen Dingen auch von dieser nichtgleichen Fuge. Ist das eine Fuge? Sehr gut, danke. Herzlichen Glückwunsch allen, die für heute Abend organisiert haben. Weil heute ganz, ganz viele junge, engagierte Menschen dabei sind, die ganz bewusst diesen Beruf, ich will Schreiner werden, gewählt haben. Auch dazu möchte ich Sie ein ganz, ganz, ganz herzlich beglückwünschen. Also, Kraft meines Amtes als Obermeister der Schreiner-Undung Nürnberger Land, spreche ich euch von der Lehre frei und erhebe euch in die Gesellschaft. Herzlichen Glückwunsch. 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 Herzlichen Glückwunsch.